Hallo Leute und herzlich willkommen zu Rückschroll, Warmer von TheKey und Zarten Dads Watch und wir gehen gleich mal auf die Space Marines und Diamond will immer noch seinen Boost haben auf 24, was glaube ich sollst du haben? So, auch hier gehen wir auf den Boost. Einmal und zweimal. Was sparen wir? So, blöd, nein. Wir gehen auch mal auf den Treffer. Ah, warte mal. Ähm, nee. Also, nee, wir nehmen den hier. 12.000. Schadensmilderung im Nachkampf um 30%. Habt ihr gerade gesehen? 666, blöd, der Teufel. So, Justin. Ach, Rodea. Machen wir einmal. Auf 20% würde ich... Ah, kann ich nicht. Und Herr von Bernstein. Einmal. Zweimal. Auf 20% ist auf jeden Fall in Ordnung. Was hat er denn hier? Plus 2 AP auf die ersten beiden Züge der Space Marines. Ah. Oder... Plus 30% Max... Ui, ja. Welche Punkte brauchen wir denn da? 12.000. Ah. Ja, und die beiden machen ja nicht mit. So, dann wollen wir gleich loslegen. In den nächsten Feldzug. Und zwar, Wunder. Äh, ein Thunderhawk ist auf dem Weg, um das Killteam durch eine offene Stelle im Schiff zu evakuieren. Sie müssen das Gebiet gegen einen Tarotangriff verteidigen, während sie auf die Evakierung warten. Alles klar. Auf geht's. Mal schauen, wie... The Tech Marines inform me that the Atrophying Agent has taken hold. The Hive ship is decaying. A Thunderhawk is en route to a breach in the vessel's outer skin. Prepare for battle. The enemy will find you before Deliverance arrives. So, dann wollen wir mal, sagen wir mal, bis hier in Diamond. Meta macht den hier. So, dann wollen wir mal, bis hier hin, blöde ich. So, du guckst hier hin. Und... So rumgehen. Mal das machen. Ja, machen wir. Und ich bin. Zeitlicher Zug. Mal gucken, was passiert. Nichts. Nichts. Tausends. Millions, even. Was, du sagst, dass wir hier machen, ist sinnvoll? Farbe von es. Selbst die kleinste Kogs spielt ihre Rolle in den größten von Machinen. Aber Kogs sind nicht passivierbar und, deswegen, effektivierbar. Warst du immer so viel Spaß, Ultramarine? Oh ja, quatscht hier, mate. Ähm... Ähm... So. Okay. Hier hingehen. Du gehst dahin, und guckst dahin, auf dich! Sehr schön, die kommen aus dem scheiß Loch aus, und ich, äh, der Knaller, Peng. Würden sie vielleicht schießen? So, weg damit! Okay. Einmal... Kannst du dich treffen hier? Nee. Würdest du vielleicht... Du hast doch drei Einheiten, warum kannst du nicht schießen? So, Misty. Ähm... So... Auf geht's! Sehr gut! Sehr gut! Sehr schön, sehr schön! So, ich sehe ihn. Würde ihn? Okay, das war's dann. Sehr nice. Du kannst den treffen. Okay. Auf geht's. Sehr nice. Du kannst das. Du kannst das. Du kannst das. Dann macht er, macht er, okay. Weiter geht's. Auf. Auf. Gut spekuliert. Jetzt ist es voll. Überlegen, wie wir es am besten machen können. Fünf Züge müssen wir übernehmen. So. Du schießen auf den hier. Ja. Du. Wieso kannst du nicht auf den hier schießen? Da ist doch eine Linie. Ja. Ja. Auf den hier. Auf den hier. Den hier. Den hier. Den hier. schießen. Du schießen auf den. Wieso kann ich nicht mehr auf den hier schießen? Mh. Mach den hier mal weg. Mach den hier mal weg. Schaff den hier mal weg. Schafft er nicht? Schafft er nicht? So. Und du benutzt ihn ja. Wieso? So. Kannste nicht schießen. Okay. Der kann nicht. Der kann nicht. Der kann nicht. Geh mal einen weiter. Naja gut. Dann geht's ja hoch. Was ist die? Ok, wir kommen hier So, auf geht's So, also, du gehst jetzt auf den da unten Auf den da Ok Nimm den da Scoutest dann den Weg Ok Jetzt machen wir das Auge geht noch Da mach du den weg Sehr schön Sehr schön Ok Können wir ihn treffen? Ne Scoute mal Den Weg Machen wir lieber So Ok Das war nicht gut Ok Ok Das war auch gut So Fangen wir an Das wieder Der ist down Der ist down Okay Der ist down Der ist einfach Wenn wir� excited Weg mit dem Vieh, den da, den da, da hin, ja, das können wir nicht tun, auch jetzt die nächste Runde, sehr schön, er lebt noch, ist das färbelig, ja, ok, so, weg mit dem Vieh, der da auch noch, ok, Justin macht den hier weg, weg, sehr schön, 2, dann noch mal 3, nee, ich gehe mal einen Schritt vor, guck mal, hier hin, so, ok, dann heben, getroffen, daneben, sehr schön, sehr schön, sehr schön, mein Zug, nein, so, auch weg, kannst du noch schießen, komm, mach du weg, okay, das ist ja auch noch weg, kannst du noch schießen, Warum kannst du jetzt nicht beschießen? Du hast ja 3 Punkte. Vor ihm kannst du immer 3 mal schießen. War es nicht überhitzt? 10 Stück zurück. Das geht jetzt auf die Kurve. Blätter kann noch Half-Life, musst du langsam aufpassen. Überlebe bis zur Evakuierung. Haben wir geschafft. Sehr schön. Schade ist, was ich zu Ende machen kann. Ja, Diamond hat so viel gekillt, nur 3,5. Echt? Hätte ich mehr gedacht. Ah, ne. Ah, Quatsch. Am meisten hat Blätter bekommen mit 3,2. Dann kam Diamond mit 3,060. Dann kommt Justin mit 2,970. Dann nochmal Justin mit 3,60. Und dann nochmal hier mit die Automata-Liste mit 2,97. Ja. Das Satzpunkt wollen wir aufmachen. An einer Plastikpistole für 22 bis 26 damage. Na gut. Und Akt erfüllt. Du hast ein Kartenpaket erhalten. Geht zum Öffnen. Auf Paket, äh des Pakets auf Pakete öffnen. Ich kann nicht mehr reden. Eben auch hier drauf. So, Pakete öffnen. Machen wir auch diese Folge noch. Da brauchen wir einen Bolter mit 34 bis 40 damage. Einen Gewester. Und Granaten. Jetzt gucken wir uns hier mal an. Wow. Gucken wir uns mal an. Wow. Das ist ein gemeiniger Soldat. Wir gucken mal ein Bolter. Gucken wir uns mal an. 30, 40 30, 36 Ja, dann tauschen nochmal Mit Damage Ähm Ich bringe mich mal irgendwas Ne So, auch hier nicht Den hier angelegt Also Meisten Damage macht, genau Justin 27, 31 Hier wird tauschen Moment Jetzt wird jemand angelegt Dann nimmst du die hier Und Justin Bernstein Für dich gibt es immer noch keine Waffe, tut mir leid Aber für dich gibt es etwas anderes Und zwar für alle anderen Bedanke ich mich recht herzlich für's Zusehen Wenn es euch gefallen hat, kloppt den Daumen nach oben Und habt einen wunderbar schönen Tag Haut rein Leute Bis zum nächsten Mal Tschüss Und dann Und dann !